Dritten Platz belegt, Maurice Wein in 22.04, den dritten Platz und Gewinner ist der Thomas Kunstmann in 19 Minuten. Der Maurice hat 22.04 gebraucht. Du bist Thomas. Ah ja, okay. Dritter Platz, eine Plakette bekommst du noch. Bitteschön. Thomas, mein Glückwunsch, sah sehr gut und schneidig aus. Und der dritte ist der Maurice, mein Glückwunsch und Siegerfoto.